Was ist die Studie für die Studierenden? Was die meisten Eltern zumindest an ihre Kinder weiterreichen, ist das Kindergeld. Das beträgt derzeit knapp 190 Euro im Monat und das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Baustein auch der Studienfinanzierung. Ich hatte in der letzten Frage auch gesagt, so Anschaffung am Anfang des Studiums, sowas wie ein Laptop, also mal so eine Größe Anschaffung oder der erste richtige Anzug. Das sind natürlich vielleicht größere Anschaffungen, wo man auch vielleicht mal Großeltern oder Verwandte ansprechen kann, ob die eine solche Investition auch mal unterstützen. Das ist sicherlich noch über die Eltern hinaus auch nochmal eine wichtige Finanzquelle, vielleicht auch eine nette Finanzquelle manchmal auch für den einen oder anderen Urlaub. Da sind Großeltern zum Teil schon sehr spendabel. Neben quasi der familiären Unterstützung ist natürlich eine weitere sehr, sehr wichtige Finanzquelle das eigene Jobben. Die meisten Studenten, die ich kenne, Studentinnen jobben nebenher. Das ist eigentlich relativ normal in verschiedensten Branchen, in verschiedenem Umfang. Jobben ist definitiv auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Finanzquelle. Daneben gibt es quasi noch den, ich nenne es immer den Königsweg der Studienfinanzierung. Das sind Stipendien. Stipendien decken das ab, was den BAföG-Satz auch abdeckt. Aber man muss quasi überhaupt nichts zurückzahlen und kriegt noch zusätzlich sogar noch Elternunterbrech 300 Euro im Monat drauf. Das heißt, damit ist das Studium finanziell sehr, sehr gut abgedeckt. Wenn all die Finanzquellen wirklich nicht ziehen, gibt es in Deutschland auch noch die Möglichkeit, einen Studienkredit aufzunehmen und sich darüber das Studium finanzieren, zumindest um kleinere Finanzierungslücken quasi zu schließen. Also wenn wir jetzt im Durchschnittseite von 800 Euro annehmen, können wir gucken, wie hoch ist der BAföG-Satz, wie viel kann ich darüber abdecken, wie viel können meine Eltern dabei tun, beispielsweise das Kindergeld, wie viel muss ich durch eigene Jobben finanzieren. Und wenn das Jobben nicht die Hauptsache werden will, könnte es natürlich auch sein, dass ich vielleicht noch einen kleinen Teil über einen Kredit oder über andere Finanzquellen abdecken muss. Neben diesen quasi Grundfinanzierungssachen ist es natürlich noch wichtig zu gucken, manchmal gibt es hier auch Sonderaktivitäten, die meisten Studierenden gehen ins Ausland. Wir kennen alle solche Erasmus-Filme wie Loberge Español. Und genau an der Stelle merkt man noch, ja, Erasmus ist genau das Programm. Das heißt, es gibt noch mal extra Programme, um ein Auslandstudium zu finanzieren. Und gerade dann auch, wenn der normale BAföG sich zieht, kann man sicherlich viel über Erasmus oder andere Programme oder auch über ein Auslands-BAföG, was ganz andere Berechnungsgrundlagen hat, finanzieren. Das heißt, auch solche Sonderausgaben wie ein Auslandsaufenthalt sind gut zu finanzieren. Was noch wichtig ist zu wissen, dadurch, dass BAföG ein Rechtsanspruch ist, ist man als Student nicht berechtigt, Tats-IV-Leistungen zu beziehen. Das heißt, die normalen Sozialleistungen stehen Studierenden eben nicht offen. Was aber eine Möglichkeit ist, wenn man wirklich erheblich geringe Finanzen hat, das heißt auch nachweisen kann, dass man sozial bedürftig ist, gibt es die Möglichkeit, auch Wohngeld zu beantragen und somit zumindest, was den Hauptposten, die Mieter angeht, einen guten Teil davon abzudecken. Das ist aber eine Möglichkeit, wo man dann eben gucken muss, ob eben diese Bedürftigkeit auch vorliegt. Das ist aber eine Möglichkeit, die Mieter angeht.